Gehst du nicht mehr kurz? Da ist er, komm, ja. Komm, wie du meinst, komm. Geh mal Richtung C. Bist du Nummer 4 bist du? Versuch dich gerade zu finden. Sag mal, wo bist du, in welche Richtung komme ich mal hinterher? Ich bin erst bei C gerade. Ah, da hinten, okay. Ich hab mich entschieden komplett zu laufen. Man hört echt keine Schritte, also Schritte hörst du da, bist eigentlich permanent sind die mit Totenschalee unterwegs, die Leute. Das ist so krass, ey. Ich bin immer noch mit 10. Ah, ich komm jetzt dahin. Oh, bist du 3? Ja, schon. Nummer 3 bin ich. Ich bin immer noch mit auf der Analyse auf der anderen Seite auf der anderen Seite. Es geht nicht weiter. Ich bin immer noch mit der Analyse. Ich bin immer noch mit dem Analyse. hier hochdaten scheiße man hört echt null schritte so schlecht ist so dunkel das spiel bei mir das ist einfach unglaublich er muss sich das hdr ausmachen auch wenn es dann scheiße ich bringe sie irgendwann mal die feature der heiligkeitsoption das wäre natürlich krass wenn sie das schaffen würden noch er vor wir haben es ja auch geschafft die frage ist ja auch so nie im leben nichtmals im leben und der dreht sich einfach um und kennt mich ab und er hat gar nichts mehr gehabt schön 0 3 wenig gestartet und doch den krieg ich nicht ja 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 der erste kill meine und kill von hinten ist schon mal gut wie kann der eigentlich schon wieder nicht tot sein diese störung soll weggehen eigentlich irgendwas hier stimmt man ja fast wieder diese konterdrohne geht mir auf den sack immer guckst du da auf dem radar und dann siehst du eine staub wie sich auf den dächern überall hocken hier ist der direkten gegner jetzt wurde natürlich schlapp geknallt gehen wir zu e wo ich noch gar nicht so mit der vorne anstatt irgendwie anders man hier überläuft und sowieso wir gesnipet doppelabschuss da fehlt nicht mehr viel nein das war kein gegner nein das ist eher ein bot robert das glaubst du im leben nicht wie ich es gerade noch geschafft habe das warte mal hier sind so viele gegner gerade bei e auch aufgestützt geht er mit seinem scheiß c4 was macht er denn das ist ein pappschild gewesen ich habe immerhin 25 xp bekommen durch den scheiß radar störer sehe ich jetzt nicht wo das hin kannst du überhaupt nehmen dann musst du war ja kann dann warte ich jetzt nämlich an die andere abschüsse jetzt erst mal hier kommt ein sniper auf dem turm den schlapp ich mir jetzt mit der bombe hier ja ja wohl du der ganz weit ja irgendwo ganz weit hinten war der hat er da umgekehrt oben sind sie drauf auf dem dach hier ist es gegen alle oben drauf ein habe ich da ist da kann man durchschießen oder ich wurde weggesnipet auf deinem dach über dir auf dem dach ist einer der wurde in dem moment auch weg gesnipet gerade in dem moment wo er mich hatte hat er oder auch weggesnipet das ist natürlich geil man höre mal auf die tüge aufzumachen na der hirschraten ich kann nicht die aufgestützt geht zwar rechts ist ach gott was war das denn luftraum nicht frei denn lass mich das doch nicht auswählen du affe es ist ja schon wie auf ebers hier luftraum nicht frei luftraum nicht frei ist ja jetzt mal frei gott wo bist denn du ein wert bist ja hier immer noch ja ja ich habe jetzt den airstrike mal gezündet auf dem dach genau da oben mal der müsste eigentlich voll einschlagen oh jawohl 4 4 leute glaube ich habe auf jeden fall 420 xp bekommen drei waren auf jeden fall im kf zu sehen gut das auch übelst geil aus übrigens muss ich sagen wie du da so ein geschlagen ist ja das stimmt wenn jetzt noch das haus eingestürzt wäre dann wird wirklich richtig geil aber das hättest du bei mir sehen müssen ich glaube dass wir in diesem spiel noch nie so gelungen jemanden so auszuleiten dass sie mich trotzdem nicht die schaffte zu töten total krass der war wirklich cool das ist ein schönen bot mal gehabt er spottet hier auch rum mann geh weg mann geh weg so wo geh man jetzt hin eigentlich ich find doof dass ich dich nicht so gut sehen kann aber eigentlich ist ja nur noch aber kann ich ahne nein da kämpft wirklich einer in diesem hier sind dort bist du schlecht gibst du noch ja jetzt bin ich gerade mal drauf gehen gehen wir in dieses in den panzer in mtv oder wie das heißt zu adern steigt gleich mal aus jetzt hier ja ich bin da drinnen ich bin ausgestiegen komm auch mit wir sind auf jeden fall ich muss mal einen Punkt einnehmen verstehen ich habe nur mir auf der karte nicht auch mit einem grünen Pfeil angezeigt wird anstatt mit so einem blauen naja genau das versteht keiner da hinten war einer ja hab ich noch mehr da in dem raum nochmal kurz ein rückzug gehen wir links hinten links rum ja ja hab ihn der war auf dem dach hier den hatte ich wo kämpft denn der auch gott ist er schlecht hast du noch ihn ja aber das war auch ein ziemlicher bot muss ich sagen hier kommt noch einer hier ist er ja sauber schlag 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 wenn du irgendwann auch find ich so für dich die richtigen Waffen hast den find ich dann jettet auch da merkst du auch dass du öfter so Fights gewinnst und alles ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall das ist halt cool bei der M4 die kannst du eigentlich immer spielen da bist du immer konkurrenzfähig ja das stimmt allerdings ja die geht die ist auf mittelstanz gut auf langen auf kurz kannst du damit auch ein paar Fights gewinnen wir nehmen bravo ein da kommt ein Panzer an mani weg da du Viech geht zu zäh dann nehmen wir schon einen verbündet verbündet ohne online die halten wir noch nicht wir nehmen mit noch eine Minute oh nein genau in den Panzer reingerannt oh Gott das war dumm überlebt hätte ich jetzt bei dir spawnen jetzt ich glaube hier sind es ganz sicher feindliche Kontra Drohne aktiv noch 30 Sekunden feindliche Drohne aktiv ah da hinten oh das ist ein Schlafstützer ist hier ein Einsatzpunkt überhaupt ach ah ist hier da müsste gleich ein Sniper irgendwo kommen bei dir ja er wird mir schon angezeigt am Kartenrand naja umkommt und deine Richtung naja haben wir gewonnen ach relativ knapp ok krass oha oha naja also ich hab was für meine Klee Verlustrate getun aber ein bisschen mehr los hätte sie doch sein dürfen ja das stimmt 19,9 das war jetzt immer so 9,9,1 9,1 krass auch geil 10,1 sieht schon wieder besser aus obwohl es mir irgendwie mehr ist aber irgendwie 9,1 ist dann halt ja aber die MP5 muss ich mir auf jeden Fall anders bauen die muss ich mir eher auf der Luft bauen als vor allem andere